sehr gut dann passt es ja schon mit der aufnahme hier willkommen zu let's play lego staros die komplette saga mit mir empfehle betrachten berg im collecting guide great motors wir haben jetzt hier zehn von zwölf goldene steine schon gesammelt warum geht meine maus jetzt nicht doch jetzt geht sie das war am spiel in der letzten folge waren wir auf dago bar jetzt sind wir auf best bin und zwar bekämpfe die gegner ich habe es beschlossen ich nehme jetzt hier das format fertig auf mit dem great motors also nicht das unterformat vom collecting guide ja willkommen auf best pin das haben wir im let's play leider nicht gesehen weil ja die performance von der android version ist ein bisschen schlechter wie die normale version und deswegen konnte mir leider hier best nie betrachtet mit level aber hier im create modus es gibt nämlich ja auch noch andere orte da lege ich euch gerne meinen let's play zu herzen es ist so ja ich glaube schon ja schaut gerne da auch vorbei was passiert wenn ich jetzt so mache tschüss ich habe keinen bock mehr auf euch okay nein das funktioniert nicht ja ihr solltet am besten auch bock auf mich habe ich habe auf jeden fall lust auf zuschauer die mir hier an einem komischen rumgespiel rumgemacht zuschauer und sehen wie ich manchmal verzweifle manchmal ist ganz toll hinbekommen wie im collecting guide ja darüber freue ich mich ja ihr könnt gerne natürlich auch andere formate von mir schauen ich mache gerne nämlich stop motion lego filmen da gibt es auch unterkategorie wie zum beispiel jetzt lego stop motion die lego stop motion speed bild das sind praktisch da tue ich stück für stück wie im plan das so circa wie am plan orientiert lego set nachbau macht dann so spezieller übergangseffekt da mache ich einmal das teil los drauf und dann drückt es fest und dann kommt das so schöner übergangseffekt und somit baue ich dann stück für stück lego set auf dass ich mir zugelegt habe weil ich habe leider kein sponsor und bekomme leider auch noch keine youtube einnahme wenn ihr mir das mal wenn ihr mir das mal ermöglichen würdet wäre ich sehr danke dass wir sehr danke sehr dankbar meine ich natürlich und dankbar wäre ich jetzt auch wenn ihr mir schon mal ein like und ein abo da lässt wenn ihr meine super sympathische art bin ich überhaupt sympathisch schreibt mir das auch in die kommentare und ja abonniert meinen kanal wenn es bis euch gefällt bisher euch gefällt ja wir haben noch zwei aufgabe zu erledigen das heißt mein gebabbel wird euch noch mal kurz so zwei bis drei oder das vielleicht sogar vier minute leite ja unsere aufgabe hier ist jetzt münze zu sammeln das geht eigentlich ziemlich leicht denn münze bekomme durch alle mögliche sache zum beispiel auch zu ich töte von denen charaktere so jetzt hätte ich mal gern irgendjemand der schieße könnte hier aber komischerweise sind die jetzt hier gerade überhaupt nicht da stört mich jetzt schon ja es gibt ja auch noch mehr plätze wo man so viel geld bekommt wie hier gerade und ich glaube jetzt höre ich auch die tasche bahn ne das sind jetzt nur sturm ach hier seid ihr halt noch nicht sterbe ihr sollt hierher kommen kommt her so entschuldigung fürs euch bahn nein moment stopp ja kommt her und schießt hier auf mich moment wie ging das jetzt noch mal ein moment bitte ja 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 hier komm her schieß jawohl ha okay ja das war jetzt nicht ganz so produktiv egal meine münze sind hier gerade leider den himmel von bespin oder wie heißt das die ja doch der himmel eigentlich ja die sind jetzt in die tiefe von bespin runtergeflogen ja sehr traurig aber nicht schlimm hier gibt es ja auch münze das sind sogar viel mehr wie 10.000 aber die 10.000er nütze ich die höchste die es hier gibt in dem spiel aus dem jahr 2006 das habe ich glaube ich noch nie gesagt wobei habe ich das jetzt mal in der letzten folge ein bisschen öfter erwähnt ja auf jeden fall gibt es unterschiedliche versionen es gibt ja für unterschiedliche konsole in dem fall gibt es für unterschiedliche ne das ist jetzt die android version es gibt auch die ios version die ist genau gleich aufgebaut wie die version hier bloß dass die wahrscheinlich besser performt ich glaube die performt besser ja auf jeden fall ist so leider dass hier die version mich ein bisschen stört weil manche kapitel können wir leider nicht spielen weil die version hier ein bisschen mehr verbuggt ist wie bei der andere version ja jetzt bin ich dann eigentlich auch schon fertig aber ich will gerade noch hier rüber so komm her sag her das hätte ich auch ohne euch geschafft jawohl da gehen wir nachher hoch verspreche ich euch deswegen dran bleibe so dann haben wir jetzt gleich noch die letzte Aufgabe die steinchen jagle ich auf jeden fall die aufwendigste und schwierigere von denen alle ja mit Hilfe von meiner goldene und rote steine sind es kann ich natürlich auch ein bisschen hier schummeln oder nicht schummeln schiede tue ich ja nicht wirklich ich tue eher mich verbessern ist ja auch vom spiel her vorgesehen dass man das macht und deswegen würde ich das nicht als schiede bezeichnen beleidige bezeichnen ja wo waren wir jetzt gerade eben also ihr seht hier können wir jetzt nur rumlaufen das sind nirgendwo Gegner da ist überhaupt niemand wir sind jetzt hier rumlaufen und dann schauen dass wir hier die Münze einsammeln wenn Mega Power Up funktioniert ist wie Steinchenmagnet der leider hier nicht funktioniert aber wenn ihr sehen wollt wo finde ich denn den Steinchenmagnet empfehle ich euch mein Let's Play wo ich teilweise auch sowas einsammel oder ich empfehle euch einfach generell den Collecting Guide wie hier jetzt der Collecting Guide im Accrape Modus und zack zack dann war es das jetzt auch schon mit der diesige Folge ja mit der jetzigen diesigen Folge mit mir dem Philipp Drachenberg und sehr gut dann bis dann möge die Macht mit euch sein lasst ein Like und ein Abo da und habt einen schönen Tag Tschüss kannst du das die 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 das das das